Und da dran wird das Ferkel abgehangen. Willst du denn, was in der Pierzerik ist? In der Pierzerik, das sind die sanitären Anlagen des Schweines. Ja, oder? Wer, da kann ich mir doch nicht sagen. Willst du denn, was der Pierkel ist? Ja. Die Pierkel ist die Salzlage. Rüthockes. Die kleinen Rüthockes. Kumpen und Ürlöse. Ürlöse Kerner. Und Spillerlötsches, was das ist. Spillerlötsches waren dort auf der Söller. Das letzte, was da dran gemacht wurde, war Lehmputz. Und da war ich Spillerlötsches. Und wenn eure Korpe sind. Korpe? Ja, ja. Korpe sind die Driebe. Die Driebe. Wenn in der Schweiz. So, jetzt haben wir das… Jetzt können wir eigentlich… anfangen mit dem Schlafen. Jetzt können wir anfangen beim Schlafen. Das war mein Papa, meine Mama und ich, da wunderte ab, nicht in den Ungerhof. Und zwar auf der Ungerhofstraat und in den Ungerhofstraat. Da war das Kaiserhaus weg, nicht in der Helgerstuhr. So kam, dass ich auf Döchse auf der Hof der Helgerstuhr und mit den Helgerstuhr spielte. Es ging auf das Herz auf einmal. Da hörte ich, auf der Weg, da kommt der Metzher. Es wurde die Ferne geschlagen. Der Mück war genug Pflege und Wurst in dem Haus. Und da war der Metzher Korn. Er hat eine Axt, eine ganz hohe Metzher, einen Stuhl und noch so Dinge, was ich nicht kenne, dabei. Und wie ich dann noch hörte, wurde das in der Bolzen Schuss abgerhalten. Damit wurde das Ferne durchgeschüttet. Er muss immer dran denken, es wurde immer bloß dank der Schlauch, wenn es nötig war. Nicht für Wilmut. Schattetkirch, Schattetkirch, Schattetkirch ome, da wurde der Metzher und es hat für Helgerstuhr. Nur Lottes machen es noch Werke stolz und muss das Ferne hören hören, was du dich gut gesucht hast. Und die kommen so gut und drehen das Ferne für sich her. Da in der Lübe, Junkosch, haben sie eine Hingerbehn von der Ferne in der Strecke vorgelegt. Und da, so sagte man dafür, wo der Ferne gesucht werden sollt, da war alles fein sauber gemacht worden. Doch die Kinder bedurfte dir dafür, mit der Schlauch alles reingehen. Nur war er zu weit. Er sagte noch, für Helger stand, du hast doch, wie ich dich gesucht habe, genug geht weiter da. Ja, sagte sie, der ganze Breitkirch ist voll. In der ganze Zeit, wo der Ferne auch nicht kriegt, ich schlöf nicht, wo es bleibt. Doch es ging aus der Schattetkirch ome, doch ging er auch noch mal ins Kieke, ob die Helme von da alle Eike gelaufen haben. Ja, ich wollte nicht haben, da war der Bewohner, wenn der Ferne gesucht wurde. Ob Ends, da höre der Ferne auch. Doch ging er lieber was drüge, und da lag der Küchkirch ope sie und wurde dort. Der Metz ja ome, der handelt auch an die Stege und pumpt mit der linken Würste be in das Blut rot. Das Blut wurde mit den roten Korn aufgefangen. Da bin ich schlug Schattetkirch ome, das Blut mit der... Du kommst dabei ins in die Welt und Hauptsache ist, mit Koski... So wurde ich dann mit Schirm und Charme nach Sommermilch zu Schönheitsfahrt. Ich wurde empfangen wie das Wien. Da dachte ich, komm dich mal jetzt für ihn. Glück, dass dich hier niemals kennt. Nun wirst du endlich ans Verwend. Mein Kamer war der reinste Salon. Marmor-Burm und eine rote Balkon. Französisch wäht, mit Platz für Dreh. So eher eine Butler war noch dabei. Der andere Mäuer, du komm ich all dran. Der Schönheitsprofessor, der kirk mir ins Ahn. Der schot mit dem Kopf und seht... Ausziehen bitte. Wir beginnen zuerst mit der Leibesvisite. Wie hin in Pürsorg, du viel der Waldflau. Die sind ja verheerend gnädige Frau. Plattfuß, Spreizfuß, schief und krumm. Knubbeln und Schwielen rundherum. Durchgetreten und wie ich seh, an beiden Füßen in der Hammerzeh. So hiel der Jäck sich an und monere. Und meine das letzte noch am besten amputieren. Wenn du nicht werter wüsst, küsse meine, dass der Hürre ging jetzt Maria und Ungerrohr. Neugierig ging ich in den Schreiflotter. Und was soll ich euch sagen? Et wo Maria? Maria und ich, wo denen uns nicht bloß dafür nahm, wo wohnen und Witz in der Nähe. Habe auf der Kirchhof die Gräber gekürt werden. Und noch haben wir auch noch dieselbe Krankheit. Maria rechts im Knieprothese und ich links. Ihr könnt euch sicher denken, was das für ein Freude war, als ich Maria ankallt. Ja, was möchtest du denn hier? Bis auf ein Werk waren wir zusammen und die Kirche freut und lädt, die Kirche und die Kirche und die Kirche. Und ich höre, ob es in der Nähe jetzt neu ist. Gewiss ist, aus Schwertbad in Urke hält uns jöns jöt auf Trab. Aus Schwertbad besteht und viele verschiedene Häuser, die zwar alle mit den Nehmen verbogen sind, aber bloß über Tunnel und verschiedene Etagen. Von Haus A in Haus C über Trieraufzüch und Feieretage. In Haus B und der Tröb über Aufzüchetage in Haus A. So hielt sich das der ganze Dach dran und so wusste und Orwes, wusste und Orwes, was du getan hast. Und in der Kopf hat es ihn eh nur noch mit drin hätt. Wölsch von all der Blöpe, wurscht wird Orwes vor, wenn ihm sich die Trau an tun koos. Er will, das soll noch keine Jammer sehen. Mich hättet er gut gefallen und wie ihr seht, bin ich wer jöns jöt und flieg auf die Weg. Frühdach morgen, als ich auf der Heerenweg das letzte Stück der Autobahn der Blick auf die Korrektur von St. Michel geredet habe, fiel mich die Strophe und das Gedicht von meiner Papua in die Glocke von St. Michel und bin ich ins Lied fortgeweß, da kann ich nur nicht hören, dann bin ich ihr Spurions gegeben, wenn ich die Glocke höre. Und so ist es. Ich muss hier oren Reet haben. Ome Mattes fing an und sag, überrascht wie ich bin und dann schnappet er noch los und ging noch uns von Würe an. Unvorbereitet wie ich bin, da war es aber über. Da sprung sie in Frau ob und jetzt mit einer Knallruhekopf rieb sie, du Düppe, die heben hättest du das Bärter gekocht. Da müß denen da. Wo wohre mit unsere Pastur, da müß denen da. da wohre ein paar Müß denen, die wohre sich an den Strehwelle, wer weil der dickste Pastur hätt. Der eine sag, ich sag, der Minne, der mit Jons wie Utholle, wenn der sich da mehr Kulpa schlägt. Ach, sagte ich da eine andere. Der Minne, der kommt ja nicht mehr mit der Hand bis in die Mitte, wenn der sich an der Brust schlägt. Ich sag, nur würde der Patita auch jetzt säß. Ich sag, das ist noch ja nix. Wenn der Minne sich da mehr Kulpa schlägt, dann dreht der sich so hoch rum und sagt für mich, Gummense rup und schlag mich doch mehr Kulpa.